Einen wunderschönen guten Morgen. Es gibt so Ups, über die stolpere ich, die sind in Version 1 aber noch keine direkte Empfehlung. Sie wären vielleicht eine Anmerkung wert, aber sind zu ihrem Start noch keine echte Empfehlung. Solche Software beobachte ich über viele Wochen und Monate. Heute greife ich mal in die Kiste mit Ups, die sich durch ihre kontinuierliche Weiterentwicklung zu toller Software gemausert hat.